Mein Name ist Stefan Wächter, ich bin einer der Geschäftsführer bei Wächter Packautomatik. Hier in Bad Wünnberg-Haaren entwickeln und fertigen wir Sondermaschinen und haben uns da auf dem Bereich der Verpackungsmaschinen spezialisiert. Das heißt, wir automatisieren Verpackungsvorgänge. Wir arbeiten seit 1996 mit dem Hause Cobus Concept zusammen, sind damals gestartet mit einer kleinen Lösung für den Bereich BDE und haben uns in den letzten Jahren in mehreren Schritten dazu entwickelt, dass wir heute mit APIplus eine voll integrierte Lösung im Einsatz haben und wir fühlen uns bei Cobus Concept wirklich gut aufgehoben.